Hallo Leute, ich will den Anfang kurz machen, denn wir haben wirklich nicht mehr viel Zeit. Das ist unglaublich viel Arbeit, was es hier die nächsten paar Tage noch passieren wird. Denn der Philipp wird heiraten gehen, das ist ein Kollege von mir, der hat einen Holzhandel. Und der hat gesagt, komm, lass die Tische doch selber bauen. Da hab ich gesagt, cool, hab ich Lust drauf. Aber ich hab's ein bisschen unterschätzt, wie viel Holz es ist. Also, ein Riesenstapel hier schon mal. Das ist natürlich ein Scherz, der große Stapel kommt jetzt erst. Und das ist nicht immer alles, das ist ungefähr die Hälfte. Das ganze Zeug da, das muss alles durch die Hobelmaschinen, durch die Kreissäge, durch die ganzen Maschinen, muss das ganze Zeug da, europäische Kirche, Eiche und da ist der Rest Bergauern. Jeder, der schon mal heiraten gegangen ist, weiß, wenn man samstags heiraten geht, wird man sehr wahrscheinlich die Tische nicht samstags aufbauen, sondern im besten Fall eigentlich schon donnerstags. Das wird jetzt auf jeden Fall nicht donnerstags, sondern ich schätze mal Freitag. Bedeutet, heute ist Montag, wir haben 12 Uhr, es bleibt heute noch der halbe Tag, sagen wir mal bis 18 Uhr, Dienstag, Mittwoch und spätestens Mittwoch muss halt das Öl drauf. Das heißt, wir haben zwei Tage, um 17 Tische zu bauen. Das ist jede Menge Holz, das ist richtig viel Zeug, Alter. Das, wie ich, schnack ich jetzt nicht lang, ich zieh mal Kaffee rein, damit ich den Puls von 130 an. Man geht's ab. Ich kann euch gar nicht sagen, ob ich hier die Spanhaube abbauen muss. Kann ich so ein Messer tauschen? Oh, nee, wo ist der Endschlüssel, den ich extra flach geschliffere habe? Oh, das kommt schon saugut an. Ich habe ja diese alten Messer, Messerleeren und ich habe hier die neueren. Mittlerweile benutze ich tatsächlich doch nur noch die neueren, weil die ein bisschen, ja, ein bisschen genaueres Bild ergeben, so was die Einstellung von den Hobelmessern angeht. Und ich empfehle euch, immer erst noch mal zu kontrollieren, weil die stelle ich tatsächlich gar nicht um. Dennoch würde ich euch aber immer noch empfehlen, erst mal die Messer einstellen lernen, einmal da draufzupacken und zu schauen, dass sie auch richtig noch reingestellt sind, weil wenn nicht, wäre das blöd. Das ist so brachiale Messer. Das ist jetzt, wie dick ist denn das? Das ist um die drei Millimeter dick, 630 Millimeter breit und 35 Millimeter hoch. Also ganz schön viel Material. Ich mache es erst mal sauber, weil ich habe immer ein bisschen Angst, dass dieses Öl verursacht, dass das Ganze dann sich lösen könnte. Oh, ist das nicht Porno. Das Dorf ist einfach nur Porno. Oh, Alter, da tun die Händenabschlüssel. Alter! Also Leute, Messer sind ausgetauscht. Ich werde jetzt nur noch einmal die digitale Höhenlehre einstellen. Und dann probieren wir erst mal aus, ob das noch funktioniert hier. Ich habe einen klitzekleinen Test gemacht. Ich habe mal was gehobelt und ich habe festgestellt, meine Absauganlage ist viel zu schwach für so eine große Hobelbreite. Nach allen drei, vier Brettern verstopft somit der Absaugschlot. Und das ist nicht gut. Unsere Bretter haben 45 Zentimeter an Breite. Eine Bohle ist sogar ein paar 50 Zentimeter breit. Das bedeutet, ich muss die alle einmal in der Mitte auftrennen, damit ich sie hobeln kann. Weil wenn der Absaugtrichter immer alle paar Minuten verstopft, dann haben wir auch hier ein Problem. Wenn immer so ein Absaugtrichter verstopft, wird natürlich Hobelmaterial weiterhin um die Welle geführt. Und dieses Zeug drückt sich dann so richtig in die Oberfläche rein. Das seht ihr, das hier kann man nicht wirklich komplett wegreiben. Wir haben hier Holz im Holz eingedrückt. Und das wird dann später eine schlechte Oberfläche geben. Deswegen war da so ein bisschen drauf achten müssen. Weil ich jetzt natürlich Ultra 4 Material einmal besäumen muss, würde hier dieser Längsanschlag stören. Da seht ihr auch oftmals einen großen Schreinereien. Die haben oftmals eine Formatkreissäge nur zum Besäumen. Und eine Formatkreissäge, mit der sie halt eben alle genauen Schnitte machen. Und außerdem hat man dann eben hier so ein bisschen den Freiraum. Und weil das gleich Unmengen an Holz werden, was ist denn das so jetzt? Will ich mir jetzt so hier ein bisschen Platz schaffen. Also hier diesen Längsanschlag, den kann man einfach demontieren. Das werde ich jetzt auch machen, weil sonst laufe ich noch dreimal hier rein. Weil das ist schon okay hier so mit der Werkstattaufteilung, aber wenn man jetzt irgendwie einen Kubikmeter Holz besäumen muss, dann ist das so jetzt ein bisschen entspannter. Oh, oh, oh privacy. Oh. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So, jetzt haben wir Fokus. Wir haben das ausprobiert mit der Hobelmaschine und dem zweiten Dank. Das geht richtig gut, weil Eichel lässt sich sehr fein zu sparen. Das heißt, die Absaugerlage packt das auch. Da können wir jetzt richtig Meter machen. Das ist ein halber Stamm, also ein ganzer Stamm, der in der Mitte abgelenkt wurde. Was sagt ihr für den Durchmesser? Der wird jetzt Durchmesser gemacht, knapp über 50. 50 Zentimeter Durchmesser und zwei Meter lang. Und das wird jetzt alles gehobelt. Wir machen vielleicht einen kleinen Zeitaufrufer. Das ist eine Info für dich, Marius. Machen wir einen Zeitraffer. Das ist eine Info für dich, Marius. 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 Das ist eine Info für mich. Eichel, Blackpads, Blackpads, Blackpads. Das ist wirklich gut, ey. Oh, geil. Moment. Moment. Manometer, das war ganz schön viel Arbeit. 18 Tische haben wir unterm Strich gebaut. Das war ganz, ganz übel. So viel Holz habe ich hintereinander noch nicht gehobelt. Wir haben tatsächlich 14 oder 16 Tüten Hobelspäne erzeugt in zwei Tagen. Das ist ganz schön abgefahren. Was haben wir mit den Tischen, nachdem die Hochzeit halt eben stattgefunden hat, vor? Es ist relativ simpel. Wir wollen diese Tische vermieten. Das bedeutet, wenn ihr ein Event habt und ihr sagt, komm, eine normale Bierzeltgarnitur reicht uns für dieses Event halt eben jetzt nicht aus, dann könnt ihr gerne mal in die Videobeschreibung schauen, könnt uns irgendwie kontaktieren, schaut mal auf der Webseite vorbei. Je nachdem, wie es halt eben dann dort gestaltet ist, dann könnt ihr uns kontaktieren. Die könnt ihr in Saarlouis, in Schwalbach, könnt ihr die halt eben abholen, wenn ihr halt eben ein Event habt. Und genau, das war unser Gedanke dazu, weil wir jetzt jede Menge Tische haben und wir die halt eben auch so ein bisschen nutzen wollen, dass man vielleicht irgendwann noch ein paar Tische macht. Manometer! Im nächsten Video geht aber alles noch ein bisschen strukturierter fort. Das hier war ganz schön viel Arbeit. Danke noch an das ganze Team, die geholfen haben. Es waren ja am Schluss sehr, sehr viele Leute da, die mitgeholfen haben. Der Sascha hat geschliffen, der Angelo hat geölt, die Luana hat die Beine gekauft. Manometer, danke für die Arbeit. Ja. Tschüss. 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 Tschüss.